Lasst es uns probieren liebe Freunde Wir gucken Noch kann er nicht platziert Noch kann er nicht drüber schießen Wobei ich auch gar nicht weiß ob das hier funktioniert Wir gucken mal Ne ne ich glaube nicht Das hat mit der Schiefe wenig zu tun Achso vielleicht meinst du mit dem Hier geht es nicht Aber ich kann mir das von dem Mondkrater schon vorstellen Ah doch da ist es Es funktioniert Das ist so bescheuert Leute Das ist so bekloppt Und er kann einfach in den Krater Reinschießen Ihn juckt einfach überhaupt nicht mehr Dass dort ein Dings ist Dass dort Krater sind Er kann einfach über die Krater drüber